Für diese Protestanten ist es weit mehr als nur ein Prozess. Die neuesten Entwicklungen in der Türkei hat der Urteilsverkündung am Stuttgarter Landgericht gegen vier Mitglieder der linksextremen türkischen Organisation DHKPC neue Brisanz verliehen. Die Untergrundorganisation hat eine marxistisch-lenistische Revolution in der Türkei zum Ziel und verübte in der Vergangenheit zahlreiche Brand- und Sprengstoffanschläge, teils mit Todesopfern. Daran waren die vier Angeklagten nicht direkt beteiligt, sollen aber unter anderem für die Partei geworben und Spenden gesammelt haben. Das Urteil Haftstrafen von vier Jahren und neun Monaten bis sechs Jahren. Die Kommentierung der Verteidigung fällt drastisch aus. In erster Linie handelt es sich um ein Beispiel von Gesinnungsjustiz. Anders ist diese Höhe dieser Verurteilung nicht zu begreifen, insbesondere wenn man die als Vergleichsmaßstab neben Urteile stellt in islamistischen Verfahren. Kurz vor der Urteilsverkündung beantragten die Verteidiger eine Aussetzung des Verfahrens aufgrund der neuesten Militäroperationen der türkischen Regierung und forderten eine Neubewertung des Prozesses. Der Antrag wurde jedoch abgelehnt, aus ihrer Sicht nicht verwunderlich. Wir Verteidiger hatten von Anfang an den Eindruck, dass dieses Gericht sich allen politischen Verfahren, was jetzt die Situation in der Türkei betrifft, hier versagt, dass man sich den Erkenntnissen verstellt, dass der türkische Staat selber terroristisch agiert. Das Gericht betonte im Urteilsspruch, die politische Situation würde sehr wohl berücksichtigt. Elementar sei jedoch der Tatbestand der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Mit dem Urteilsspruch ist heute auch ein Marathonprozess zu Ende gegangen. 61 Sitzungstage, 60.000 Blätter Unterlagen und Kosten von 900.000 Euro. Am Ende zeigen die Angeklagten unter Applaus das Victory-Zeichen. Die Verteidigung hat angekündigt, in Revision zu gehen.